Wo nehmen Sie denn den Mut her, wo nehmen Sie denn den Mut her, diesen Bundestag um jeden seinen Ruf zu bringen? Ich frage Sie, ich frage Sie, wo und wie wollen Sie das denn verantworten, Sie feixende Meute? Ja, das sind Sie. Sie können es auch einmal so herumlesen, Sie müssen es nicht immer gleich mit wunden Augen, wenn mir dieses schlechte Bild erlaubt ist, weil Sie ja noch voller Tränen sind von vorgestern, lesen. Das müssen Sie vor einer höheren Macht verantworten, müssen Sie mit Ihrem Gewissen verantworten. Ich bin es gewohnt, ausgefiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Dessen schäme ich mich nicht. Es werden sich andere einmal dafür schämen müssen. Ich bin weder ein Erfinder noch einer, der prahlt. Ich bin doch kein Spekulant, ich bin auch kein Kind. Ich bin auch kein Bismarck. Sie kriegen mich nicht aus der Ruhe. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich bin dazu da, dass Sie jemanden haben, auf den Sie heramklopfen können. Ich muss schon sagen, das ist billig, dass ganze Schlagzeilen den Leuten in die Augen gestreut werden, wenn man das so sagen kann. Wenn ich Ihnen dazu helfen kann, von diesem Holzpferd runterzukommen, indem ich Sie hier zitiert habe, liebend gern. Sie, die Sie mit einem nicht ganz, jedenfalls mir nicht ganz, einwandfrei scheinenden Finger so gerne zeigen. Ich habe sicher ein gebrochenes Leben und daran kann man auch nicht vorbei. Naja, das ist zu billig, Herr, als dass Sie glauben können, uns damit hier etwas anhängen zu können. Im Punkto gar nicht, hören Sie mal, mich trifft nichts von denen. Nichts sei jen. Ich notiere es nur, ich notiere es nur, nichts anderes. Ganz kalt. Ja wohl, ach, bleiben Sie doch ruhig, Herren, nicht? Ganz sachlich, ganz sachlich, meine Herren. Weil wir alle leiten unter der...